But if you close your eyes Hallo und herzlich willkommen Ich wollte gleich mal ein Mikrofon bei mir behalten, oder? Jetzt habe ich die Kette meiner Freundin darunter gerissen Jut, alle klar Jetzt schneiden wir jetzt aber nicht drauf, dass ich jetzt hier an der Kette meiner Freundin rum baste Weil ich die darunter gerissen habe Der Schmuck von dir liegt überall So, das ist ganz zu schnellig aber sowieso nicht raus Weil Zwei einfache Dinge Ich bin viel zu faul dafür Und zweitens ist mir scheiß real So nochmal, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sorry, sorry Professionalität Minecraft Feed the Beast Infinity Evos Ja, wir beginnen weiter mit unserer wundervollen Let's Play Reihe Besonders hässliche Bauwerke Beim letzten Mal haben wir ja hier Mal so die Grundmauern Das sieht aus wie ein Schiff eigentlich lustigerweise Kommt an mein Deck von meinem Kahn So Nein, Katsch Also Ähm Genau Wollte ich jetzt mal hier halt weitermachen Wir haben jetzt schon mal die Grundmauern hier gezogen Ich dachte, ich bin mit dem Geil Ich hatte Nachtdienst und Es könnte sein, dass ich heute öfter gerne als sonst So Wollen wir hier hin die Beben Wir kratzen hier mal in die Nase Also Ähm Genau Wir machen jetzt hier mal den Bums fertig Wir brauchen dafür aber dezent mehr Glas So, dann würde ich mal spontan sagen Wir ziehen das mal Wir ziehen das mal Ich muss ähm Ich weiß noch nicht genau wie ich das mit der Decke am besten mache Ich hab da schon eine Idee Das auf jeden Fall Äh Aber noch keinen direkten Plan Das ist das Problem Wartet mal Muhaha Pass mal auf Wir nehmen jetzt Ja, wir haben hier perfekt Die setzen wir mal so hin Wir nehmen jetzt Die wundervollen Steinchen Um das Dach zu machen Ich habe viel zu viele Seats in meiner Tasche Die ich alle nicht brauche Kann weg Kann weg Kann weg Die Erde Gummiholz kann weg Das ist sowieso hässlich das Holz Das ist das hässlichste Holz im ganzen Spiel So, pass auf Wir kraxeln hier wieder hoch Hüpfen hier hoch So, ich würde nämlich hier Spontan Alles mit diesen netten Steinchen Bebauen So, würde aber Ja noch Um den ganzen Kack hier so ein bisschen zu erweitern Ach fuck Den kompletten Rand Um zwei erweitern Jut Wie sie sehen Sehen sie nichts Warum sie nichts sehen Sehen sie vielleicht später Wenn sie hingucken Und was sehen können Muhaha So Oh So, das bauen wir wieder ab Perfekt Jetzt bauen wir hier das Dach Wenn es reicht sowieso nicht an Steinchen Was wir hier haben Aber Eins Zwei Zwei Wir haben ja insgesamt glaube ich eine Länge von 20 Wenn ich mich nicht irre Eins Zwei Drei Vier 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 So So Wenn mein Wundervoller Kopf das richtig gerechnet hat Müsste das eigentlich aufgehen Eins Zwei Drei Vier Fünf Vier Zwei Drei Vier Fünf Also noch brauche ich die komische Zeugs hier So So Und hier kommt einer dran So Das bauen wir ab Wir fangen das mal wieder So Dann hätten wir jetzt hier eins Zwei Drei Vier Fünf Fuck Ja gut hier können wir aber rein von der Theorie Der ist ja ein mit Ja ich hab grad ernsthaft so versucht um die Ecke zu gucken in dem Spiel Oh Oh Fuck ey Passiert euch jetzt auch manchmal dass ihr wenn ihr Videospiele spielt ja auch mal so Gucken um die Kurve zu gucken aber Weil dann im Nachhinein einfällt so ey das funktioniert ja gar nicht scheiße Jut Shit happens ne ist jetzt einfach doof gelaufen Oder in dem Fall der doof geguckt Ach krass ey Der ist falsch So Eins Zwei Perfekt Dann wäre das auch schon das Gestell des Daches Ich will nicht sagen dass es das Dach ist Es ist das Gestell des Daches So Hier ist das Zack Oh Schön daneben gestellt Aber doch nicht So Perfekt Jut Das war noch eh nach zu wenig Jetzt ist perfekt So hier müssen wir dann ja wieder Ah fuck Zwei Kann ich den unteren von hier oben abbauen Wenn ich eine Spitzhacke benutze bestimmt So Eins Zwei Perfekt Eins Zwei Drei Vier Fünf Es wird ein sehr sehr teures Haus merke ich gerade dafür dass es nur so ein kleines Kack Ding ist Ja ich habe gerade echt überlegt welches Wort ich jetzt sage Fünf Fünf Perfekt Eins Zwei Eins Zwei Eins Zwei Perfekt So Und da ist auch schon mein Vorrat an Steine alle Du kannst nur nachts schlafen dann mach es nacht So Du kannst nur nachts schlafen immer noch Ja denn geh ey ohne Witz es ist stockdunkel in dem Spiel Gefühlt Und das Spiel sagt mir du kannst noch nicht schlafen Jetzt kann ich schlafen hier spiel Hahaha So aber hier können wir schon mal wieder warte mal Oder Zwei 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 fusch am baum so muss nicht schön sein nur einzigartig außerdem ist hier tutorial für besonders hässliche bauwerk ich durfte ja nicht vergessen dass es hier um hässliche bauwerke geht so jetzt brauchen wir wieder wir haben auch viel zu wenig glas sie gerade hier kann man das glas schon mal vorziehen bis hierhin hier muss dann wieder so eine steinreihe drunter als soll der guide sich ziel glas bis oben hin habe er davon so viel nicht die werden kann wegnehmen kann ich hier ganz entspannt aufs dach kackseln so hätten wir hier schon mal das mit dem glas zwei können wir noch 12 1 2 2 2 2 guckt ja auch immer so böse wenn ihr konzentriert seid hier muss ich aber jetzt nur eine reihe ziehen überall liegt hier werkzeug rum ich bin mal gespannt wie das haus aussieht wenn es fertig ist kann mir nämlich da eigentlich gesagt obwohl ich es gerade baue kein bild zu machen so hätten wir das erste vordach schon mal fertig dann müssen wir da gleich fackeln rein stellen nicht dass da irgendwelche kuriosen monster drin sparen das talent habe ich irgendwie immer gerade was gebaut zack monster am besten falle immer noch ein creeper muss ja spaß machen für alle beteiligten die involviert sind und ich in dem falle der der maxim der der maximal genervt ist 1 2 1 2 und jetzt sieht sie wieder mit einer schritten weiter so gut ich würde doch nicht mit einer schritten weiter weil keine steine mehr das altbekannte problem keine steine hier kommt eine fackel hin da kommt eine fackel hin gut jetzt habe ich keine fackeln mehr Mist so dann stellen wir hier noch eine hin und hier vorerst alle angaben ohne gewehr warum ich habe kein gewehr ja ein glück ist ein tutorial für besonders hässliche bauwerke ansonsten könnte man mir sagen das sieht voll scheiße aus ich könnte das mystik leider sagen ja ist richtig haben wir sand hier drei sand super ja setzt den kack mal hier ein gut jetzt habe ich das problem dass ich keine rohstoffe habe wenn wir noch unschließlich ob ich den jute finden soll oder nicht ich mach mal so mein bart kauen und bin mir noch unschlüssig aber dick machen könnte das außen fackeln schon mal rein stellen eben brot können wir noch essen packen wir da und da eine fackel dran hier packen wir eine fackel hin hier kommt eine fackel hin wir haben noch zwei zäune ich überlege ob ich gerade alles hier aus holz mache oder nicht weiter in den bark kraulen ernten wir erstmal unser feld schreibt doch mal in die kommentare ob wir das aus holz oder aus stein haben wollt jetzt kommt mir hier nicht mit anthrazit wir wollen das in anthrazit er kriegt ja ein deutlich aber er kriegt ja ein klares aber deutliches nein anthrazit ist der behindertste stein in diesem spiel noch nie eingesehen auch noch nicht bei youtube der sowas sagt wie uh anthrazit boden das ist aber ein hübscher boden das ist ein sehr sehr schöner stein keiner sagt das wisst ihr warum weil anthrazit scheiße ist ganz einfach so bauen wir gerade noch unser feld ab bestücken das neu und dann haben wir wieder erfolgreiche 20 minuten ihr braucht um zu erkennen dass wir gerade mal das dach an meinem haus fertig haben sollte mich bei dsds anmelden als deutschlands schlechtester hausbauer ich glaube ich habe talent dazu ich bin mir nicht sicher lehme mich mal aus dem fenster und sage ich habe talent dazu also immer einen tag können wir gerade noch leer machen was ist hier mit der hat nachher noch hier können wir erder in werfen was können wir hier hinwerfen kohle schmeißen wir das da mit rein so ich will spontan behaupten das warten der folge wenn es euch gefallen hat lasst doch mal ein like da lasst ein kommi da kritik ist auch ein kommentar also das auch wenn euch ja ihr kennt das alles oder von ganz vielen anderen leuten die das sagen hier abo kommi like dislike was auch immer ich sag mal cheerio freunde